V-A-R-O-E-D wie nie, jeder Schädel zerfliegt vom Gegnerteam Warum? Wir schlagen euch die Fresse ein, aber Prinzessin-like V-A-R-O-E-D wie nie, jeder Schädel zerfliegt vom Gegnerteam Und fliegen wir in hohem Bogen raus, haben wir trotzdem die Kronen auf Wir nehmen die Sache ernst, rosa Rüstung, krasses Schwert Sie lachen, doch wir treten alles klein, denn im Kleid hat man viel mehr Beinfreiheit Leute, was geht? Wir machen heute wieder, Wairo weiter, äh, Varios, was auch immer Wir haben einen neuen Team-Mate, der nennt sich, äh, Historik Der kommt jetzt auf den Server drauf Ein Team-Mate? Ja, 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 das ist nicht so, dass wir uns für den Feind verabredet haben oder so, wir sind ein Team hier Hast du eigentlich... Ja, ich dachte... Wow, braucht der erstmal etwas, um drauf zu kommen ich lege ja green ist gerade nicht da der hat gerade keine zeit außerdem nehmen wir das ein paar stunden nachdem vorfälle passiert sind auf also green ist sowieso nicht mehr da ja ich bin überlegen eine chest zu machen ja mir wäre es eigentlich egal ob ich sterbe oder nicht weil ich gar kein selbstvertrauen mehr nachdem green gestorben ist eigentlich never gehen und farmen allerdings weiß ich nicht was anderem war ich bin gerade irgendwo wo ich glaube ein gegner ist aber wir alleine sind also ich glaube da ich hier wäre irgendwie überhaupt keinen platz mehr und das regt mich richtig auf bei mir auch das habe ich schon seit fünf folgen gefühlt ja man ist dann einfach so eine spinne runter gedroppt ah ja ok treffen uns bitte hallo dios hä was dir ist ja ich habe jetzt gefunden hä wo meinst du gerade oder was ja ich bin auch in der höhle ich bin ich kann also ich warte extra noch auf dich ne ja ich habe ja das machst du also während ich weg bin hier so wir machen uns schnell eine truhe und dann machen wir uns noch ein schild wir schmeißen kurz die sachen weg ich nehme sie gleich wieder auf ja ich kann das schild dann auf die truhe platzieren damit niemand nehmen kann ach so du meinst du bist gerade ich denke gerade was und schild ist mit 115 hashtag princess schreibe ich aber drauf ich weiß aber nicht ob das jetzt hat es geklappt muss ich vielleicht wie soll das machen hier muss ja was du mir ein schwert gibst ne ja ich gebe dir ein schwert so das tut mir auf jeden fall noch mal leid an seien ich weiß nicht ob ich dafür jetzt ein zweck bekommen wahrscheinlich schon weil ich darf tatsächlich niemanden killen während er noch am regenerieren ist und gerade im kampf hatte das wusste ich auch nicht ich glaube niemand wusste das so wirklich und sie haben hier war auch etwas genervt ich glaube dass die jetzt extra irgendwie dafür jetzt ein grund gesucht haben ich meine ist ja auch okay ich akzeptiere den strike und mir tut es auch immer noch mal in der stelle leid an sani ripp sani starb wegen mir und fairer weise gut ich jetzt nicht gewusst also ich hätte einfach weiter gefeiert wenn ich so also ich wäre einfach drauf gegangen so ihr kann ich am besten einfach ich weiß nicht was hier baue ich versuche irgendwas damit es nicht so ob wir es ist hier dann packe ich da jetzt erst mal alles rein was ich für tränke brauche wie viel essen hast du eigentlich noch nicht mehr viel deshalb brauche ich dich jetzt schnell was viele nicht gemacht haben das kann ich jetzt erzählen oder so gleich halten die haben einfach die sachen hier nicht geholt die ganzen pilze aber ich glaube das passt so ich kann aber ein paar feile kraft oder ich muss kieser bohren ja ich warte auf dich ne während dessen wo ich mir etwas feuer stein ich bin dazu hätte vielleicht auch ein bisschen essen für mich soll das ein scherz sein doch das hört sich jetzt für mich wie ein scherz an erstmal alle bei historiken like da und bei green und auch und bei so anny und bei creeps ja auch kürmc war tatsächlich sehr nett der hat das akzeptiert und reingucken das ist so lächerlich ja ach so darfst du oder 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 warte war noch nicht kämpfen und nicht warten klar so ich dir aus dem motto hier so noch auf etwas ich werde kurz noch im schild hinten bauen beim anderen grab und dann können wir kämpfen ja ich warte noch immer auf etwas das ist eigentlich ja ja ach so das ist meine das ist meine spitzacke schnell nehmen oh gott ich gebe dir dann mein dia schwert ich kämpfe mit einem eisenschwert damit das fair bleibt wo läufst du hin hier ist ein grab hier ist creeper mc gestorben hier war dann lava by the way lava schön dass das hier niemand genommen hat das nehme ich jetzt nämlich nicht danke für die lava ripp creeper mc 455 starb weil ich ihn ja ok dann lassen wir das jetzt komm ich bin hinter dir noch immer was normales fleisch für mich hier angebraten das fleisch immer zwei oder drei stück davon okay warte ich gebe dir mein schwert das wirkt er sich so aus und ich kämpfe jetzt mit dem eisenschwert hier ja dachte ich auch aber ich habe es noch nicht kombiniert vor eigentlich noch machen ups aber ich kämpfe ja eh nur mit einem eisenschwert oder hast du das andere schaden schwert um den knockback ja kann ich auch machen dann geht noch mal zurück ja da danke für die blöcke super perfekt weil ich die auch brauchen dann macht ihr halt kurz was lol ich habe gerade jemanden gefunden man kennt ihn ok wie viele dias hast du willst dich irgendwas machen ich brauchte die erst vor dir hier gibt es bereits ehrlich gesagt nicht ja ist das so ganz erstmal weg hier verdammt ich habe enderpearl ich kann die benutzen wenn du magst oder ist ein wasser da ist ja im wasser und gar nichts machen ja aber du bitte nicht raus kannst du das ist echt dumm nee ich habe ganze auf ich spame mich ich lade ganz auf den boden ja wie viele pfeile hast du eigentlich sag ich hier doch nicht nur so als kleine frage am rande der zart sachen was wird das denn hier gegenfrage die anspannung steigt alter ich habe richtig viele herzen verloren es ist richtig viele oh mein gott das ist gar nicht passiert oder NOm mein gott alter geh weg mit deinem pfeil ich bin fast gestorben alter du hättest mich easy killen können Nichts ne große Schlucht, cool, cool. Also nicht ne Schlucht, aber egal. Äh, wo bist du? Bist du in der Mitte? Ich bin grad weg. Ach, ist das so? Gib mir mal dein Essen, du. Ich hab nicht mehr viel. Ich hab auch nichts mehr. Hä, ich dachte du hast Essen gefarmt. Ja, ich hatte alles gerade verbraucht. Idiot, wo bist du, wo bist du? Jetzt kommen wir her, fighten! Ja klar, ich lass mich zu spoilern, okay? Oh mein Gott, ey, das gibt's jetzt nicht. Ich hatte ein halbes Jahr zu. Dann nehm ich jetzt mein Dia-Schwert. Nein! Doch! Doch, ich mach jetzt mein Dia-Schwert, komm her! Ich hab keinen Bock mehr, komm! Oh Mann, was machen wir hier? So, ich hoffe überhaupt, dass wir das alles schaffen. Weil wir haben eigentlich gar keine Chance. Es gibt Fluffiefer und Pommes-Trommler, die wahrscheinlich auf uns getargetet sind, da wir haben uns jetzt nicht unbedingt beliebt bei denen gemacht. Wegen der Sache bei Sojani. Äh, wo bist du? Kann auch sein, dass ich, äh, aus dem Projekt rausgeschieden werde wegen Sojani. Aber selbst wenn, hat ja bisher Spaß gemacht und akzeptiere ich auch. War ja sehr unfair von mir, was sehe ich auch einen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne, wo bist du? Ich hab keinen Bock mehr. Du verschwendest meine Zeit, ich brauch die Zeit noch, wo bist du? Ich seh dich, ich war, ich bin da am Spawn halt, ne? Wer hat denn die Brücke gebaut? Am Spawn bist du? Ja. Ja. Ah ja. Oh mein Gott. Bist du das? Ach, da bist du ja. Komm mal her. Lass mal zusammen mit Neraq fighten. Ohne Wasser einfach. Hiiii. Hey, jetzt komm, ohne Scheiß. Wie erschwert. Komm, komm. Komm. Oh mein Gott. Alter, wieviel Schaden. Ey, komm, jetzt mach mal einfach mal auf den Baust, man. Das war nur No Choke, ne? Sonst renne ich jetzt nur noch weg, weil das macht echt keinen Schwarz. Okay, komm, 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 komm. Fight, 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 fight. Jetzt, ja, wow, lässt du mich da auch nur raggen? Hä, nein. Weil du hast mir absolut viel weggenommen wegen den Scheißdingern. Ey, No Choke. Das ist falsch. Komm, 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 komm. Ist das doch so fest? Fall ist jetzt gegen mich? Komm her. Ja, ich bin früher Alvin, hallo. Ich bin fast tot wegen dir. Soll ja auch so sein. Komm her, meine Zeit geht aus. Ja, wenn du das hättest. Ich hab kein Essen mehr, ne? Ja, glaubste ich? Ach so, du kannst dich raggen? Das ist ja toll, das ist gut zu wissen. Ach man, komm her. Ich bin direkt hinter dir. Ich seh's. Ich boospam dich weiterhin, wenn du nicht jetzt sofort kommst. Soll ich dich boospam, mein Freund? Scheiße, 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 nein. Oh mein Gott, Digga. Ich wär fast gestorben, ich hatte drei Herzen oder so. Ja. Digga. 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 Wie viel Holz hattest du bitte? Wie viel Holz hattest du bitte? Das hab ich in 2 Minuten gefarmt. Wo ist denn mein Schwert? Ich hab mein Schwert nicht mehr. Oh doch da! Oh, ich bin dumm. Deine Brussi, die hätte ich gerne. Dankeschön. Ich geh gleich wieder auf den Server drauf. Hä? Gehst du gleich wieder auf den Server drauf, oder was? Nein, nein, ich mach grad was auf meinem Netz. Danke für deine Angel, ne? Bitteschön. Du bist bei mir ganz oben verlinkt. Uhu. Ja, mein Video kommt erst, was ich machen. Ja, aber... Achso, dann kann ich dich doch gleich verlinken. Ja, natürlich kannst du mich verlinken. Ja, aber... Oh Gott, da ist ein Creeper direkt neben mir! Ohohohoho. Okay, es sind ganz viele Mobs und ich hab nichts zum Essen. Ich hab rein gar nichts zum Essen. Ich müsste mir schnell ein Haus bauen. 3 Minuten hab ich noch Zeit, dann baue ich mir schnell ein Haus. Provisorisch. Da hinten beim Grab. Neben Soani. Soani ist jetzt mein Mitbewohner. Oh Gott, warum wird's dunkel? Okay, cool. Ich kann aber schnell die Kuchen essen. Zack, 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 zack. Die wir spawnen auch immer, das finde ich super. Dann bauen wir uns schnell hier ein. Ich hab keine Fackel, dann ist das halt so. Ich kann ja Feuer platzieren, oder so. Ähm, ja. Möchtest du noch irgendwas sagen? Oder so? Ich find's ehrenlos, dass du mich gebausten hast. Ja, halt, was hier du. Vor allem, wir sagen noch davor, vor der Aufnahme. Ja, wir bausten, wenn ich spielen ohne Bau. Ja, okay, geht klar. Hab ich das gesagt? Hab ich gesagt ohne Bau? Hast du. Dann tut's mir leid. Dann hab ich das wohl grad verschlafen. Das hab ich dir zweimal gesagt. Ja, passiert, meine Güte. Oder ist das? Wie die, sogar auf Gomme hacken, ist das so lächerlich. So, ich weiß grad nicht, wie wir das jetzt hier machen wollen, Leute. Äh, ich ne mal... Ja, machen wir das so. Machen wir uns schnell einen Ofen. Ich hab Steine. Ich hab meinen ganzen Stein weggeworfen. Deshalb hab ich mich jetzt gewundert, ob ich noch Stein hab oder nicht. Aber ja, ich hab noch Steine. Dann machen wir uns schnell Essen. Fertig hier. Dann essen wir das. Und dann machen wir uns noch schnell... Äh, Eisen... Oh, Gold? Ich würd sagen, erst mal Gold. Ich glaub, das geht schneller. Ich hab nur noch eine Minute oder so. Verdammt. Äh, wird angeschrieben von Green. Ja. Alles klar. Der weiß Bescheid. Das ist perfekt. Ich bin ja echt am Fassenverrecken. Wer wird wiederbelebt? Wer wird wiederbelebt? Der eine. Green, meinst du? Oder meintest Gianni? Ja, der eine da halt. Welcher eine da halt? Ja, welcher? Den du, hast du unrecht getötet hast? Das wissen wir noch nicht. Ich glaub mal nicht. Und ich... Um ehrlich zu sein. Unfairerweise sag ich jetzt mal so. Ich hoff mal nicht. Weil ich fänd das jetzt nicht verwendet, dass es noch ein zweites Mal revived wird. Aber wir wissen es nicht. Rein theoretisch kann ich dann auch sagen, joa, ich mach viele Bilder bewähren, weil ich in der ersten Folge nicht mit meinem Teampartner zusammen gespawnt bin. Wow. Und der ist auch gestorben. Also er ist gestorben. Okay, Kuchen funktioniert nicht. Das backt nur rum, merk ich grad. Dann werden wir in der nächsten Folge essen, farmen und... Ja, Goldäpfel machen. Ich hab nämlich sehr, sehr viel Gold jetzt von Gianni. Und von Griebarmstick glaub ich auch ein wenig. Bin mir auch nicht sicher. Aber ja, das wird auf jeden Fall passen. Ich hoffe, das passt noch schnell. Oh nein, schauen wir nicht mehr. Okay, komm. Schade. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaut bei meinen Social-Medios vorbei. Schaut bei dem Disco-Server vorbei. Was immer. Ja, wir hoffen mal, das wird noch super laufen hier beim Projekt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Willst du noch irgendwas sagen, zum Abschluss? Eernus. Ja, okay.